Sie sind wieder da. Zwei Storche, die bereits im vergangenen Jahr in der Wildtierauffangstation in Rastede sesshaft geworden waren und hier sogar zwei Junge aufzogen. In der vergangenen Woche bezogen sie wieder ihr Nest in Hankhausen, was auch die Mitarbeiter der Wildtierauffangstation freute. Über zehn Jahre hatten sie darauf gewartet, dass sich in den zwei Nestern auf dem Gelände Storche heimisch fühlen. Der männliche Storch kommt aus Holland. Das Weibchen trägt einen Ring von der Vogelwarte auf Helgoland. Die Tiere haben sich bereits gepaart und tragen momentan Nistmaterial zusammen. Anfang April könnten die Eier im Nest liegen. Diese werden dann rund 33 Tage ausgebrütet. Ab September machen sich die Tiere wieder auf den Weg in den Süden.